Der Wasserhahn tropft. Bei uns im Bad. Und dieses ständige Pling-Pling, das macht mich ganz verrückt. Ich hab sowieso heute schon so Kopfschmerzen. Und damit kommst du zu mir? Dafür gibt's Haustechnik, ne? Ja, das hab ich doch schon versucht. Entschuldigung, wie ungeschickt von mir. Es tut mir leid. Auf jeden Fall hab ich ihn nicht erreicht, ja? Und Friedrich hat sein Handy aus. Und am Empfang ist wirklich die Hölle los. Also, wenn du dich vielleicht... Guck mal. Da ist Adrian. Boah, ist das so hoch. Da hat er bestimmt ne super Aussicht. Vielleicht nimmst du dich mal mit? Äh, nein, mir reichen meine Höhenflüge hier unten. Außerdem würde ich mich das nie trauen. Ich mich auch nicht. Aber sag's ihm nicht. Irgendwas stimmt nicht. Er stürzt ab. Adrian! Komm schon. Komm schon. Hey, kannst du mich hören? Hey, atme! Hey, komm schon. Ruf den Krankenwagen. Adrian. Hallo. Mandy Morgenstern. Ein Notfall. Komm schon, Adrian. Ähm, am Krautinger Weiher. Ein Verletzter. Er ist abgestürzt mit so einem... Ach Gott, wie heißt das denn? Mit nem Gleitschirm. Nein, nein, nein. Keine äußeren Verletzungen. Sein Bruder versucht ihn gerade wieder zu belieben. Er atmet nicht. Ja, klar, ich bleib dran. Hey, Adrian, komm. Atme. Kannst du mich hören? Er atmet. Dann. Er atmet. пог charger folks. Deutschen 궁금isch. Wir sind nicht. verläuten... Wir sind ...